Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Subnautica. Ja, in der letzten Folge waren wir auf den Weg in Richtung Aurora, denn wir haben dort einen neuen Code bekommen für die Kapitänskajüte und in der Kapitänskajüte befindet sich ein Datenterminal, wo uns letztendlich Baupläne für die Neptun-Rettungsrakete hochgeladen worden sind. So, wir werden uns jetzt auf den Weg machen in diese Kajüte, werden uns das Zeug schnappen und dann werden wir vielleicht auch schon die Plattform bauen für die Rettungsrakete. Die Rakete selbst zu bauen, wird glaube ich ein großer Akt werden. Ich habe sie noch nie gebaut, weil sie eben erst seit dem Subnautica aus der Early Access-Phase raus ist, verfügbar ist, meines Wissens nach. Wir schauen mal, wie weit wir sie überhaupt bauen können, aber ich glaube, man müsste mittlerweile das Spiel ja durchspielen können. So, wichtig ist nur, hier irgendwo ist der Reaper unterwegs. Ich möchte eigentlich ungern von dem gefressen werden, deswegen aktivieren wir dann auch gleich mal letztendlich unseren Shocker. in der Hoffnung allerdings, dass ich ihn überhaupt nicht sehe. Das wäre mir eigentlich nämlich das Liebste. Oh, hier wackelt es ganz schön. Ja, man hört ihn bereits schreien, aber hier bin ich eigentlich mittlerweile schon relativ sicher. So, okay. Da ist die Frage, wie ist der schnellste Weg? Wir parken jetzt die Seemota auf jeden Fall mal hier. Und ich glaube, wenn wir unten reingehen, müsste fast wirklich der schnellste Weg auch sogar sein. Äh, wo bin ich denn gelandet? Ne, Moment, hier lang. Ja, wir gehen hier seitlich rein. Gott, ich habe einmal komplett schief geparkt, aber egal. Okay, einmal von der Seite rein, dann schnell hinschwimmen, abholen, wieder raus. Denn letztendlich, ja, in der Aurora, wir haben eigentlich mittlerweile alles gelootet, was wir irgendwie brauchen können. Deswegen, hier gibt es nichts mehr. Außer ich habe wirklich den Raum vergessen, glaube ich allerdings nicht. Ich war ja da relativ gründlich. Und das würde mir auch nicht einfallen, was uns noch fehlen würde. So, den Weg kenne ich ja mittlerweile halbwegs gut. Sprach er und verlief sich. Ne, diesmal nicht. Äh, okay, hier raus, hier lang, hier lang. Äh, dann einmal hier rüber, beziehungsweise hier hin. Ja, wir schwimmen einmal wieder grandios durch den Boden. So, hier haben wir letztendlich unseren Krebsanzug her. Für all die, die die Folge nicht gesehen haben sollten. Schaut euch die Folge an, verdammt. Ich nehme es nicht umsonst auf. Genau, hier haben wir nämlich den Krebsanzug gefunden. Den konnten wir einmal komplett abscannen. So, wir müssen uns jetzt dann gleich nochmal den Code anschauen, da ich mir den nicht gemerkt habe. Und zwar, hier haben wir die Kapitätskajüte. So, wir schauen einmal in unserem Logbuch nach. Da müsste ja wohl der Code drinstehen. Und zwar unter Datendownloads, Codes und Hinweise. Hochsicherheitskonsole im Quartier des Kapitäns. 2679. 2679. Sesam, öffne dich. Perfekt. So. Dann schauen wir mal, was wir hier sonst noch so haben. Hier ist das Datenterminal. Das werden wir uns gleich ansehen. Wir haben ein PDA auf jeden Fall und ein cooles Poster der... Hängt schon wieder fest. Ein cooles Poster der Auroa, den wir auch mitnehmen. So. Logbuch des Kapitäns. Ich glaube, das könnte relativ interessant werden. Wir schauen mal, was wir hier so drinstehen haben. Captain Hotdog Hollister. Alles klar. Alles klar. What the hell? Das hört sich eher nach... Das hört sich nach einem alten Strategiespiel letztendlich an. Oder einem alten Adventure. Okay. Sinnlose Information. Ein Miniaturraumschiff der Auroa. Oder eine Miniaturausgabe der Auroa. Auch cool. Können wir in den Schrank letztendlich reinstellen. So wie sie hier auch drin stand. So. Und dann haben wir Altererzentrale. Letzte aufgezeichnete Übertrage. Neptun Rettungsrakete. Boah. Wenn das Ding so aussieht, ist das ja geil. Hier sind drei Teile, die wir auf jeden Fall bauen müssen. Baupläne Zeitkapsel. Oh. Wir haben sogar noch mehr Baupläne bekommen. Gut. Da steht jetzt endlich... Okay. Stufe 3 Cockpit. Stufe 2 Reserve Tank. Stufe 1 Haupttriebwerk. Das heißt, wir werden die auch in drei Stufen bauen müssen. Wir schauen mal, was wir jetzt alles bekommen haben. Das müsste in uns jetzt hier eingezeigt werden. Das interessiert mich, benehme ich persönlich auch. Denn... Ja. Hier haben wir erst die Neptun Startplattformen. Die konnten wir noch nicht bauen. Die Tarn waren zweimal Computerchip. Blei. Kriegen wir ohne Probleme zusammen. Werden wir dementsprechend auch bauen. Ich glaube, in der Alpha hat man sogar noch eine Energiezelle gebraucht. Die fehlt jetzt hier. Die braucht man anscheinend gar nicht mehr. Okay. Sonst haben wir nichts weiter dazu bekommen. Kaffeeautomaten werden wir uns selbstverständlich auch noch bauen. Das hat eigentlich fast eine höhere Priorität als die Rettungssakete. Denn wir sind hier schon einige Tage auf dem Planeten und haben immer noch keinen Kaffee. Das geht ja wohl überhaupt nicht. So. Das wird wehtun. Ja. Ich habe es mir beinahe gedacht. So. Dann einmal wieder den Weg zurück. Ich hoffe, ich finde jetzt hier relativ zügig den Ausgang. Das ist immer ein bisschen tricky. Da lang. Da lang. Da lang. Da. Da lang. Da lang. Da lang. Da vorbei. Hier hinter. So. Dann versuchen wir das nämlich alles in diese Folge reinzupacken. Dann habe ich nämlich einen super Titel für die Folge letztendlich und einen super Thumbnail für die Folge. Dann machen wir das so. Wir werden jetzt dann erstmal zurückgehen. Schwimmen nicht in irgendwelche Elektrokabel, die hier von der Decke hängen. Nach Möglichkeit. Komme ich ja hoch. Ja. Komme ich ja hoch. Dann bauen wir uns erstmal die Plattform, denn mich interessiert das brennend, was ich denn alles für Materialien brauche. Ihr nehmt mal an, ich werde sehr viele Materialien brauchen. Mal ganz abgesehen davon, um mal wieder bei der Story letztendlich zu bleiben und anzukommen. Es ist folgendermaßen, wir sind ja nach wie vor infiziert. Das heißt, wenn wir jetzt hier Rakete bauen würden und würden... Hey, weg von meinem See... von meiner Seemorde. Kleines Viech. Würden wir von dem Planeten... Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Hallo? Voll, er hängt fest. Ich will da... Ich muss da vorbei. Ähm... Ich bin gar nicht da. Hallo? Er hängt wirklich fest. Okay. Ja, ich bin leicht lebensmüde. Hihihi. Er hängt fest. Hallo? Geh näher ran, möchte ich aber nicht. Aha! Na komm. Na komm. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich den jetzt hau. Oh, ich glaube, den kann man sowieso nicht... Kann man den töten? Nee. Hehehe. Okay. Man kann durch ihn durchschwimmen. Er hängt fest. Hihi, wie genial. Okay. Oh, das wäre auch ein schönes Thumbnail letztendlich. So nah kommt man dem nämlich selten. Okay, er hängt wirklich fest. Ich nehme mal an, es wird sich dann gleich wieder beruhigen, wenn ich hier dementsprechend aus dem Gebiet raus bin, weil sich die Gebiete nach und nach erst wieder aufbauen. Okay, wir suchen auf jeden Fall mal das Weite. Wenn er wieder rauskommt, möchte ich nicht in seiner Nähe sein. Aber man kann ihn nicht mal verletzen. Also das heißt, selbst wenn man versuchen würde, ihn zu töten... Alter, der ist hinter mir. Alter! Ich habe Angst! Böhm! Ich habe irgendwas an der Seite gesehen. Ich glaube, er hat ihn nach mir geschnappt, aber es ging irgendwie nicht. Er hat gerade irgendeinen Bug. Alter Schwede, ist das scheiße. Okay. Äh. Okay. Boah, ich kriege Paranoia bei dem Ding. Ähm. Wo war ich? Genau. Selbst wenn wir die Rakete bauen würden, äh, und von dem Planeten starten würden, würde, würde, äh, würden wir abgeschossen werden von der riesengroßen Kanone auf der Insel. Das heißt, das hat keinen Sinn. Denn sterben möchte ich eigentlich nicht. Logischerweise. Ist ein Survival-Spiel. Deswegen, äh, müssen wir erstmal Infektionen bekämpfen, beziehungsweise müssen die Labore der Aliens finden, denn die haben an einer Infektion gearbeitet. Genauso wie dieser, äh, Tar-Gorgol-Sohn, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er hieß, der auch daran geforscht hat. Und irgendeiner würde ja eine Lösung für uns haben. So, wir parken mal unsere, äh, Seemotte hier drin. Wir müssen sie auch noch reparieren, das könnte ich eigentlich fast, ja, das machen wir später. Wir werden jetzt erstmal diese, äh, Neptun-Plattform bauen. Und zwei Titan-Bahnen müsste ich hinkriegen, normalerweise. Haben wir sogar, haben wir nicht noch sogar einen? Ne, hier sind, oh, die Tafeln. Und Ion-Kristalle und noch mehr Tafeln. Äh, halt, das ist der gleiche Spind. Ne, aber auch kein Titan-Bahn drin. So, hier, äh, halt, das können wir auch nochmal dazulegen. So, wir haben viel zu wenig Titan. Okay, das reicht definitiv nicht für zwei Titan-Bahnen. Das heißt, wir müssen uns nochmal auf die Suche nach ein bisschen Metallschrott begeben. Ist aber in der Folge ohne Probleme machbar. Wir haben Zeit ohne Ende. Und notfalls macht die Folge einfach länger. Scheiß drauf, ich bin noch in Geberlaune. So, äh, wir brauchen, kann es sein, dass sie sich hier gerade irgendwie alles festbackt? Uh, das mit dem Schatten ist auch cool. Hallo. So. Äh, Titan-Schrott. Äh, normalerweise bei den, äh, Pürschern. Ah, der hat schon was im Maul. Wenn er es loslässt, hole ich es mir. Er lässt es los. Ja, schnapp lieber nach mir. Ich bin viel interessanter als Titan, äh, als Metallschrott. Okay, äh, normale Ablagung ist jetzt eigentlich erstmal relativ. Ja, wobei, komm, wir nehmen die mit. Äh, was ich ganz dringend bräuchte, wäre sowieso Kupfer. Oh ja, ich brauche, äh, wir müssen sowieso, wir müssen die ein oder andere normale Ablagung sowieso mitnehmen. Äh, es wird nichts an, wo bin, scheiße, wo bin ich denn jetzt gelandet? Äh, uns wird gar nichts anderes übrig bleiben, denn, äh, wir brauchen ja einen Computerchip, für den wir sowieso Kupfer brauchen. Und ich habe keinen Kupfer mehr zu Hause liegen, das haben wir, äh, für irgendwas haben wir es ausgegeben. Auf jeden Fall habe ich keinen Kupfer mehr zu Hause rumfahren. So, das bedeutet, ich brauche noch die ein oder andere normale Ablagung. Ablagerung, das ist schon einmal Kupfer. Oh komm, wieso liegt hier so wenig Metallschrott rum? Wieso habe ich eigentlich schon diese blöde Karte eingeblendet? Die geht mir sowieso so dermaßen auf die Nüsse. Ähm, äh, Ablagerung, Metallschrott, irgendwas in der Nähe. Rennungskapsel 2, oh ja, äh, die Kommunikationsnachricht haben wir auch aufgefangen. Oh, und wir müssen Flüssigkeit aufnehmen, aber wir sind bei der Basis in der Nähe. Das ist jetzt nicht das Problem. Äh, Rennungskapsel, oh, das sind wieder diese blöden Viecher. Äh, wir haben letztendlich, oh, sehr schön, viel Metallschrott. Äh, wir haben ja letztendlich auch eine neue Kommunikationsnachricht bekommen von der Rennungskapsel 2. Da müssen wir auf jeden Fall auch noch hin. Da könnte noch das eine oder andere Interessante sein. Aber eins nach dem anderen. So, jetzt heißt es 10 Millionen Metall, ja, Inventar voll, ganz toll. Haben wir noch, nee, wir haben gar keinen Platz mehr. Ja, gar keinen Platz mehr. Das heißt, wir machen uns jetzt erstmal auf den, äh, äh, da lang. Auf den Rückweg gehen dann noch mal schnell in das andere Region, wenn mir das Kupfer nicht reichen sollte. Ich habe nämlich die Befürchtung, es reicht nicht. Wenn ich noch einen Kupfer zu Hause habe, ich glaube, ich brauche zwei Kupfer, eins haben wir eingesammelt. Wenn ich Glück habe, reicht's. Wir schauen mal. Rätsel raten, bringt jetzt uns auch nicht wirklich weiter. So, während ich hier jetzt einfach nur zurückfahre, ich muss mal kurz meine Heizung ausdrehen. Ich schwitze mir hier in den Ast. So, und meine Arme sind anscheinend zu kurz für die Heizung. Okay, weiter geht's. Okay, äh, die Plattform müssen wir übrigens an unserer Fahrzeugstation bauen. Ich hoffe, die schwimmt noch irgendwo. Also, ich habe sie ja das letzte Mal direkt, da ist sie, sehr schön, direkt über der Basis ausgesetzt, in der Hoffnung, dass sie da bleibt. Bis jetzt ist sie noch sichtbar, sehr schön. Ja, 30 seconds, null Problemo. Einen zweiten Einstieg könnte ich mir eigentlich auch nochmal bauen, bei Gelegenheit. Äh, wir brauchen dann gleich Wasser, aber erstmal möchte ich das Titan verbrauchen. So, die Tarnwaren haben wir dann schon zwei. Alzheimeres Grüßen. Glaube aber schon. Und wir stellen jetzt erstmal noch das Titan her. Energieprobleme haben wir Gott sei Dank nicht mehr, seitdem wir den Kernreaktor gebaut haben. Atomenergie vor dem Wind. Zumindest virtuell. Äh, wir haben zwei, genau. Dann brauchen wir Kupfer. Oh, perfekt. Dann brauchen wir, ganz dringend müssen wir nochmal nachschauen, was wir für die Plattform brauchen. Halt. Richtig, die kann ich damit nicht herstellen, die muss ich an der Fahrzeugstation, wie ich es gerade eben vor drei Sekunden erklärt habe, herstellen. So, Computerchip und viermal Blei. Das ist jetzt nicht das große Problem. Computerchip ist eher das Problem. Wir brauchen Kupferdraht, Tischkoralle. So, das bauen wir noch. Dann brauchen wir Tischkoralle. Dann nicht. Hier. Eins, zwei. Dann brauchen wir schnell was zu essen. Ja, ja, ist ja gut. Bäh, Inventar. Ah, scheiße, Inventar voll. Äh, komm hier, hau rein. Und dir und dir. Ah, das reicht jetzt auf jeden Fall erstmal kurz, bis wir die Plattform gebaut haben. Äh, Blei. Eins, drei, vier. So, dann sollte ich doch eigentlich alles haben. Kommunikationsanricht machen wir vielleicht in der nächsten Folge. Wir schauen mal. Wir machen jetzt erstmal eins nach andern, bevor ich jetzt wieder durch Händen reinkomme. Ich mach gern einfach zu viele Dinge auf einmal. Äh, so, ich würde gerne klettern. Perfekt. Äh, setzen wir die Plattform hier hin? Eigentlich ja schon. Wüsste mir das nicht, wo ich sie sonst hinsetzen soll. Deswegen, Neptun Rettungsrakete. Scheiße, ich voll Idiot. Ah, okay, man sollte, wenn man den Computerchip alle Materialien zusammen hat, sollte man den Computerchip auch noch herstellen. Ich gank für keine drei Sekunden in dem Spiel. Spart euch bitte sämtliche Kommentare dazu, ich weiß selber, dass ich ein Vollidiot bin, in der Hinsicht. Ach man, immer das Gleiche. So, Computerchip, jetzt aber. Ich wollte, ja, das war letztendlich alles Absicht, ich wollte jetzt die Spannung nochmal hochhalten. Ich meine, wir bauen jetzt hier eine Plattform für eine Rakete, da muss man doch, das kann man dann innerhalb von drei Sekunden bauen. Da muss man die Spannung dementsprechend hochhalten. So, wir bauen es noch im Tageslicht auf jeden Fall und Plattform. Das Ding muss ja relativ groß sein, wollte ich es gerade sagen. Alter Schwede ist das Ding riesig. Okay, cool. Die war in der Alpha noch kleiner. Gut, sie wurde nicht richtig fertiggestellt, aber sie war definitiv kleiner. Wie geil. Oh, das gibt ein schönes Thumbnail. Puff. Coole Geräuschkulisse vor allem. Okay. Geil. Boah. Okay, das haben wir mit zwei Titan-Baren letztendlich gebaut. Möchte ich wissen, wie viel da rauskommt. Okay, hier würde die Rakete auf jeden Fall stehen. Mega, krass das Ding. So, was haben wir denn hier? Wir haben Konstruieren, Neptun Versorgungsturm. Oh Gott, den müssen wir auch erst zu bauen. Bastalbahn, Kupfer, Schmierstoff. Wird nicht das Problem. Den können wir sogar noch bauen. Uh, dann ist die Frage, was bauen wir als nächstes? Ah, Scheiße. Was machen wir hier? Bauen wir erst den Arm, gehen wir erst uns retten. Jetzt wird es schwierig. Ich glaube, wir bauen erst den Arm und gehen dann auf große Fahrten mit unserer Zyklobe. Das wollte ich ja auch machen. Aber ich möchte den Arm noch sehen. Das ist nämlich was Neues auch für mich komplett. Boah, das Ding ist mega krass. Sehr genial. Okay. Perfekt. So, dann haben wir das Ding. Dann brauchen wir Schmierstoff. Kriegen wir das in der Folge vielleicht noch zusammen sogar? Ich glaube allerdings nicht. So, Schmierstoff brauchen wir. Wird mir das eigentlich angezeigt hier drin? Wäre eigentlich ganz... Ah, perfekt. Kupferdraht, Bastalbahn. Ja, Kupfer. Dö, 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 dö. Gut, wir müssen jetzt schnell mal Ablagerungen suchen. Und zwar am besten hier irgendwo in dem Gebiet. Ja, geh weg. Äh, und zwar brauchen wir relativ viel Kupfer. Ich würde gleich auch ein bisschen mehr mitnehmen als zwei Kupfer. Äh, ja, ja, die explodierenden Dinger jagen mich gerade. Ich weiß, ich weiß. So, ähm, ich bräuchte eine kleine Höhle, wo ich relativ viel Kupfer finde. Hier gibt es so eine Höhle. Da ist letztendlich eine, dieser Röhren drin, also dieser Korallenröhren. Da findet man relativ viel Material. Ganz ehrlich, die Höhle würde ich jetzt gerne finden. Weil da kriege ich sehr viel Kupfer auf jeden Fall her. Hier, so eine Röhre meine ich. Die ist allerdings um einiges größer. Und ist in der Höhle. Ist das der Eingang dazu? Nein. Und ich hoffe, das Zeug ist schon nachgespawnt. Scheint aber nicht mal nach... Nee, es ist nicht mal nachgespawnt, so wie es aussieht. Nee, hier ist nichts. Bisschen Quarz. Okay, das ist uninteressant. Okay, äh, wir brauchen Kupfer. Wir brauchen Kupfer. Hier liegt auf jeden Fall nichts rum. Dann müssen wir vielleicht doch hier in dem Grasgebiet eher suchen. In der Hoffnung, dass ich hier die ein oder andere Ablagung noch finde. Gelootet haben wir auf jeden Fall, auch wenn es nicht nachspawnt, alles. Aber ich glaube, das müsste wirklich nachts spawnen, das Zeug. Nee, das ist nur so eine Mini, Mini, Mini-Höhle. Mini, Mini. das ist jetzt auch wieder mal nachts. Da ist eher Ablagung. Suchen ist jetzt eher schlecht normalerweise auch. Kein Wunder, dass ich hier wahrscheinlich nichts finde. Äh, da, aber das ist die falsche Ablagung. Wir brauchen diese ganz normalen, äh, Sandstein-Ablagungen. Nee, sind glaube ich nicht mal Sand-Ablagungen, Sandstein-Ablagungen, ich weiß es nicht. Was war das denn für ein Geräusch? Alter Schwede. Krabbenkarmar-Ei entdeckt. Was für ein Ding? Das ist ein Krabbenkarmar-Ei. Und wo habe ich das entdeckt? Hä? Okay, keine Ahnung. Es stand zumindest gerade am Bildschirm, Krabbenkarmar-Ei entdeckt. Keine Ahnung, was das ist. Keine Ahnung, wo ich das entdeckt haben soll. Ist es das, was ich im Aquarium liegen hatte und was jetzt gerade vielleicht geschlüpft ist? Ah, Kupfer. Boah, diese blöden Kracherviecher, die gehen was sowas von auf den Sack. Könnt ihr mich nicht mal in Ruhe lassen? Was? Ich will hier Kupfer suchen. Ja. Boah. Nicht dein Ernst, oder? Wir müssen einmal kurz auftauchen, auf jeden Fall. So, haben wir zwei Kupfer? Ja, haben wir. Ja, das reicht zumindest für den Arm. Äh, dann machen wir, nee, keine Ablagerung. 500 Meter, ja, das machen wir noch. Scheiß drauf. Wir werden das Ganze noch machen. Wir werden den Arm jetzt noch bauen. Oder ist hier irgendwo das Ei entdeckt worden? Kann natürlich auch sein, von meinem Scannerraum. Boah, das zeigt mir doch nicht jedes komische Eiern, das hier entdeckt wird. Das wäre ja ein bisschen Archifil verlangt. So, hier ist noch eine Ablagerung. Titan. Ich brauche Kupfer, Mann. Kein Titan. Titan habe ich ohne Ende. So. Okay, wir müssen definitiv Kupfer mitnehmen, aber das finde ich auch irgendwo anders zum, äh, also als Notfall. Äh, wir nehmen noch ein bisschen Metallschröten mit. Das war's schon. Kommen wir dauernd gegen mein Mikrofonkabel. Ich hoffe, das macht nicht unangenehme Geräusche für euch. Ich bin gerade ein bisschen unorganisiert, glaube ich. So, da oben ist die riesen Raketenplattform. Dann brauchen wir, was? Computerchip? Ja, glaube ich schon. Ne, Kupferdraht war es glaube ich nur, oder? Oder war es ein Computerchip? Was brauchen wir denn? Wir brauchen Kupferdraht und Bastalwaren. Denken wir ja wohl zusammen. So, wir machen einmal die Tarnwaren. Dann brauchen wir, äh, Lithium für den Bastalwaren. Daraus machen wir erstmal die Tarn. Genau, zweimal Lithium und dann brauchen wir Kupferdraht. So, und dann brauchen wir Lithium. Da haben wir mittlerweile eine ganze Menge von. Zweimal. Schmierstoff haben wir einstecken. Dann können wir den Arm noch bauen. Sehr, sehr hübsch. So, dann Medikit. Das nehmen wir auch noch mit. Dann gehen wir einmal, kommen hier raus. Puff. Einmal zur Plattform, dann möchte ich den Arm noch bauen. Dann haben wir relativ viel in der Folge auch wieder gebaut. Zumindest riesengroße Dinger. Also die Plattform ist echt, ich bin von der Plattform nach wie vor begeistert. Bin ja mal gespannt. Der Arm muss ja auch relativ groß sein. Die Rakete wird vor allem, die Rakete muss ja riesig werden. So, konstruieren. Komm mein Freund, dann lege ich mal los. Oh cool, mit Musik. Okay, die Rakete wird doch recht groß, glaube ich. Guck mal hier runter. Das werden wir uns von nah an anschauen. Sehr cool. Und dann werden wir wahrscheinlich an dem Terminal gleich das nächste, was wir konstruieren können, bauen können, äh, sehen. Ob wir es bauen können, werden wir dann sehen, wenn wir die Materialien haben. Aber es wird wahrscheinlich auch Materialien brauchen, letztendlich die in der Tiefsee vorkommen. Cool. Hier, dann haben wir die Plattform mit Armen bereits. Fertig. Sehr schön. Dann schauen wir mal, was wir noch so brauchen werden. Was können wir als nächstes? Ah, Haupttriebwerk können wir als nächstes. Ja, hier haben wir es schon. Aerogel ist kein Problem, Bastalbahn, Kabelsatz auch nicht. Nickelärzt ist ein Problem. Okay, das heißt, das nächste, was wir brauchen können, müssen wir einen Ausflug machen. Aber, für diese Folge war es das Ganze. Ja, wir sind sehr weit gekommen. Äh, Neptun, Rennungsfakete, die ersten Bauteile stehen auf jeden Fall. Ich bin schwer begeistert davon. Vielleicht kriege ich ja noch ein schönes Thumbnail hin von der Seite irgendwie, nachdem wir jetzt diesen Arm noch hingebaut haben. Hat was. Okay, so werden wir das Ganze irgendwie machen. Ich bedanke mich für's Zusehen. Würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann werden wir den Ausflug wahrscheinlich in die Tiefsee machen. Außer mir fällt noch was anderes ein. Aber ich glaube nicht. Ich bedanke mich für's Zusehen und sage, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Ich bedanke mich für's Zusehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir sehen uns in der nächsten Folge.